Meine Damen und Herren, jetzt bekommt für die FDP-Fraktion das Wort Herr Ritter. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen von der CDU, wenn man Ihre Anmeldung genau durchliest, sind es ja mal rein sachlich gesehen drei verschiedene Themen und Komplexe, über die Sie reden wollten. Und grundsätzlich kann niemand den Satz, Regeln müssen für alle gelten, widersprechen. Und es kommt doch darauf an, erstens, in welchem Kontext man ihn gebraucht und zweitens, wie man die Einhaltung der Regeln durchsetzt. Und der Kontext wird hier von Ihnen, meine Damen und Herren von der CDU, arg vermischt. Das Ganze soll von Ihnen offenbar zum Law-and-Order-Thema hochgespielt werden, mit der CDU als Sheriff-Truppe. Das braucht Hamburg nicht. Übrigens handelt Ihr Parteifreund und Innensenator in Berlin nicht so, obwohl er die gleichen Probleme hat, teilweise sogar noch viel intensiver. Deshalb schlagen wir Liberale vor. Lassen Sie uns zu einer sachlichen Diskussion zurückkehren. Zunächst einmal zum ersten Themenkomplex, das Campen auf öffentlichen Grünflächen. Die Erstzuständigkeit haben hier aus unserer Sicht die Bezirke selbst. Sie sind für ihre Grünanlagen verantwortlich. Wenn wir die Bezirke stärken möchten, genau das Thema, und das wollen wir Liberale, dann müssen wir Ihnen die Wahrnehmung der Zuständigkeiten auch zugestehen. Erst wenn eine Gefahrenabwehr notwendig wird, muss die Innenbehörde einschreiten. Und in diesem Fall haben die Camper die Grünflächen freiwillig verlassen. Anstatt sich hier zu echauffieren, liebe CDU, sollten wir uns lieber konstruktiv fragen, wie wir in Zukunft mit der Unterbringung von Arbeitsmigranten umgehen möchten. Oder wollen Sie die Akzeptanz der Freizügigkeit in der EU gefährden und den Populisten dadurch in die Hände spielen? Wir wollen es nicht, meine Damen und Herren. Der zweite Punkt betrifft ein ganz anderes Thema, nämlich der unangemeldete Protest im Bannkreis des Rathauses. Eine solche Demonstration, und jetzt ist wichtig, unabhängig von welchem Inhalt, ist nicht genehmigungsfähig und müsste daher aufgelöst werden. Und musste daher aufgelöst werden, das geht an die Adresse von Grünen und Linken. Auch hier hilft ein Blick ins Gesetz, der rechts- und wahrheitsfähig... Ja, Sie haben so überschlagen geredet, emotional, da konnte ich Sie ganz schlecht verstehen, Herr Kerstin, gestern. Nach allem, was mir bekannt ist, auch den Berichten von Augenzeugen, hat die Polizei mit Augenmaß gehandelt und ihre Aufgabe gut erfüllt. An dieser Stelle auch für uns Liberalen einen herzlichen Dank an die Einsatzkräfte, die vor Ort waren. Umso unverständlicher, meine Damen und Herren von den Linken, ist deshalb die Pressemitteilung von Frau Schneider. Sie sprechen von einem blutigen Einsatz. Das heizt die Stimmung nicht nur noch mehr an, und vor allem ist es unbegründet. Sie sollten Ihrer Verantwortung als Abgeordnete mehr bewusst werden. Meine Damen und Herren, wir brauchen hier einen konstruktiven Dialog, anstatt die Flüchtlinge zu instrumentalisieren. Der Innensenator hat zwar vor Monaten den angemessenen Umgang mit dieser Gruppe verschlafen, das darf aber nicht Entschuldigung dafür sein, die Polizei und die engagierten Einsatzkräfte als Sündenbock darzustellen. Und nun zum dritten Punkt, die Anschläge auf die Abgeordnetenbüros. Ich möchte mich im Namen der FDP-Fraktion, der Präsidentin und den anderen Fraktionen auch dafür bedanken, dass sie im Ältestenrat unserem konstruktiven Vorschlag gefolgt sind und eine gemeinsame Erklärung durch die Präsidentin verlesen wurde vor der Sitzung. Denn alle demokratischen Parteien und besonderen Kräfte verurteilen natürlich die politisch motivierten Straftaten und fordern alle Bürger dieser Stadt auf, es uns gleich zu tun. Denn diese Angriffe sind nicht nur bloße Sachbeschädigungen, vielmehr symbolisieren sie Angriffe auf die gewählten Volksvertreter in unserer Stadt in Hamburg. Sie sind auch als Angriffe auf Mandate und Demokratie zu verstehen. Und das dürfen wir alle in Hamburg nicht dulden. Vielen Dank. Vielen Dank.